Wir sind erst mal angekommen. Wir sind Level 1, Tutorials durch. Ben Croster, vielen Dank für 3 Euro. Because I can and you are a very nice person with a very lovely voice. Thank you so much. Vielen, vielen Dank. Oh, 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 oh. Lol, ich bin mir für diesen Hammer. Du hast 22 Monate reingesubt. Oh, oh. Vielen Dank. Du Nase. Gork war mein erster. Dein erster? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Was macht ihr, habt ihr Twitch miteinander verbunden? Weil ich, bei mir wurde gerade geschrieben, dass man, dass dann die Leute tatsächlich im Chat mitbestimmen können, was passiert. Das funktioniert dann mit Hashtag A und Hashtag B. Dann wird einfach in den Chat, beziehungsweise in die Chats geschrieben und dann hat das Auswirkungen auf das Spiel. Oh, ist doch cool. Hexerei. Ey, das ist krass. Das ist krass. Das ist krass. Mein Chat schreibt ja auch die ganze Zeit einen Tab. Also, du siehst doch jetzt da Hashtag A oder Hashtag B. Im Chat sehe ich es. Naja, du siehst das in der Mitte jetzt nicht bei dir. Ach, da unten, ja. Oh, nein. Ich bin völlig überfordert, ja. Mann. Holy shit. Alter, ich bin völlig überfordert. Ich sehe hier nur blickende Sachen. Ich weiß nicht, was meine doofe Klasse macht hier. Bei mir hier, hier. Oh, boy. Oh, lol. Ich glaube, dem muss jemand in den Rücken. Alter, Leute. Komm. What the fuck? Holy shit. Oh, so ein Machine Gun-Typ. Vorsicht. Der Fette kommt. Ah, habt ihr. Okay, nice. Alter, Leute, das sind das viele. Haben wir A-O-E schon? Ja. Wow. Der Machine Gun-Typ lebt noch. Da kommt noch eine fette Welle. Von hinten, von hinten. Mit Gifts. Schönes Ding. Arzt. Ah, hier sind auch noch Tränke. Hier sind noch mal Heiltränke. Ähm, ähm. Ich würde einen nehmen. Oh, kommt ein Fetter. Oh, Leute. Oh, was ist das? Wo denn? Ah, das macht ihren sich fetter. Schon dezentrant sich, ey. So ein Ratten-Menschen-Hybrid. Wer macht denn bitte sexy time mit diesem Ratten-Desen? Ah, fuck, von hinten. Oh, Maschinen-Typ. Ich hole den. Oh, zwei. Oh, leute. Ich hab keine Pfeile. Wo denn? Au, 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 au. Ich hab auch keine mehr. Hab mal vier Schuss. Einer ist noch bei mir hinten. Sack, schlepper. Okay, einer mehr. Oben, oben ist noch einer. Oh, das ist noch ein Setter. Oh, mein Gott, was ist das? What the fuck? What the fuck? Iiii. What the fuck? Was macht der mit mir? Warum sind denn hier nur Bosse? Der Fall war nicht so. Der Chat war nicht. Holy shit. Ich hab keine. Das sieht das Ding ekelhaft aus. Oh, der hat mich. Ich hack rauf auf ihn, aber er will dich nicht loslassen. Oh, der beißt mir in den Kopf. Ja, hier ist es übel. Der soll aufhören mit in den Kopf zu beißen. Das finde ich gar nicht geil. Oh, ey. Hey. Hör jetzt auf. Hör jetzt auf. Hör auf. Aus. Hier ist ein gepanzerter. Oh, hier kommt eine Riesenwelle. Eine Riesenwelle. Oh, so alle, das verreicht es nicht. Hier ist noch ein fetter gepanzerter. Hat jemand irgendwas für den? Ich bin down. Oh, God. Nein. Das ist denn hier bitte nicht richtig. Das ist der Chat, der uns hier tötet. Ja. Ja, das war der Chat, der uns getötet hat. Leute. Wow. Alter. Wow, Leute. Du bist ein krankes Teil. Wir machen hier extra auf easy. Damit wir irgendwie ein, zwei Items kriegen und kriegen hier die Atomgegner vorgeschmissen. Das war auf easy jetzt? Ja, das war auf easy. Ja, ist ja auch richtig easy Level. Aber der Chat ist halt am schön. Das war richtig easy Level? What the fuck? Das ist die einfachste Stufe. Ja, der Chat hat uns halt die ganze Zeit die übelsten Bosse gevotet, Mann. Ich finde es so witzig. Ich finde irgendwie, ich weiß nicht warum, aber irgendwie klingt ihr beide so ähnlich. Redet mal beide. Genau. Da muss ich mal genau hinhören. Da muss ich mal genau hinhören. Da muss ich mal genau hinhören. Ja, da, tschuldigung. Oh, boy. Was ist da los? Ratten, 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 Roger. Ratten, Roger. Ratten, Roger. Ratten, Roger. Ratten, Roger. Ratten, Roger. Ratten, Roger reporting for duty. Oh, der hat... What? Oh, wow. Okay. Ja, der Chat meint es gut mit. Ja, ich komme hier weg. Ja, ich bin voll eingekestelt hier. Jetzt haut ab, ihr Schwein. Also der Chat entscheidet gerade, was wir für Gegner bekommen. Ja, die haben jetzt schon wieder... Völlig aus, ey. Vielleicht sollten wir das mal ausstellen und es erstmal normal versuchen. Alter. Vor allem der ist fast tot. Ist das euer Ernst? Was ist der mit euch? Ist das euer fucking Ernst? Ich glaube, ich werde gleich mal meinen Chat wieder disconnecten aus dem Ding. Ohne Scheiß, das Game ist schon mal nett sein. Niederlage. Das ist ja schlimm, wie ihr uns hasst. Sie hassen uns. Ich bin völlig überfordert mit so vielen Menschen im Discord und so vielen Gegnern und so viele Fähigkeiten, die ich erstmal beherrschen muss. Das ist ein Loot-Dice. Ich bin halt nicht Multiplayer-Tasking-fähig. Multiplayer-Tasking-fähig. Läutet mal. Okay. Ich leute. Ich habe geläutet. Du hast geläutet. Ich ahne... Sie haben geläutet. Eis werden schreckliche Dinge passieren. Ja, es werden sowas von schreckliche Dinge passieren. Oh Gott. Wir kommen hier bestimmt überall aus den Lächern raus. Wir bleiben wieder zusammen, ne? Wir bleiben zusammen. Ja, wir lassen uns zusammen. Hier ist doch ganz gut. Hier sind wir erhöht. Ja, hier oben bin ich auch nicht schlecht, ja. Können wir zumindest die Welle kontrollieren, die von vorne rauskriegt. Okay, ich glaube, das ist Haupt vorne, kann es sein. Oh, die kommen von der Decke. Hier sind Snatcher auf Dächt gewesen, unter uns. Ihr könnt die hier direkt, wenn die hochkommen, mit Metzeln. Liegt die runter. Warum? Nee. Nein, ist doch gut hier. Da kommt ein Gift-Typ. Von hier. Von drauf, von drauf, von drauf. Gerne. Hinter dir. Ich habe ein HP. Hier kommt ein Berserker bei mir. Oh, RIP. Oh, der Berserker ist so heftig, Mann. Zwei Stück. Herrgott. Runter. Vorsicht. Wo denn? Wo denn? Bei mir vorne. Hier, hier. Oh nein. Oh, ich habe mich verdrückt wieder. Alter. Uff. Uff. Danke sehr. Wow. Haben wir es überlegt. Das ist jetzt der letzte Entkommen über die Brücke. Okay, ich glaube, wir müssen uns beeilen. Oh Gott. Wo ist das? Ich glaube, wir müssen hier runter. Hier in der Mitte. Ja, 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 ja. Wo? Und die Musik ist wieder am Schaden. Oh, die shit. LoL. LoL. Aber man kriegt kein Damage. Man kriegt kein Damage. Aber okay. Ich weiß gerade, dass wir nicht runterfallen, da fällt Lara mir vorbei. Das war nicht Wahnsinn. LoL. Oh, wir haben es geschafft. Oh, victorious. Endlich. Unser erster, ne? Ja. Unser erster Ziel, oder? Oh. Einmal den Chat loben, bitte. Ja, einmal den Chat loben. Dankeschön, Leute. Danke, Chat. Dankeschön für euren fetten Support. Ganz ehrlich. Wieder viele, viele Subs. Viele, viele Re-Subs. Und war ein gediegener, entspannter Stream heute. In dem Sinne. Stay tuned. Das war's Moogle. Und wir sehen uns im nächsten Stream. Macht's gut, Leute. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.